Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir St. Martins Laternen. Wir brauchen Tonpapier, Transparentpapier, transparente Deckel, ein befüllbarer Christbaumkugel, Zahnstocher, zwei Schoko-Adventskalender, Mini-Lämpchen und Draht. Für die Haus- und Aquariumslampe schneiden wir erstmal aus Tonpapier diese Formen aus und kleben dann von einer Seite buntes Transparentpapier an. So sollte es von der Rückseite aussehen und so von der Vorderseite. Dann kleben wir diese Lampe zu einer Rolle zusammen. Ich habe das hier auf dem Klebestift gemacht, weil dann wird es eine rundere Form geben später und nicht irgendwie abgeknickt. Jetzt braucht es natürlich noch einen Boden. Hierfür zweimal Kreise ausschneiden aus Tonpapier und von unten an die Laterne kleben. Bei der Hauslaterne gehen wir genauso vor, wie bei der Aquariumslampe. Wir kleben buntes Transparentpapier an die Fenster und Türen an, das schön bunt wird, und malen noch Fensterkreuze mit einem schwarzen Stift auf, wer mag. Dann falten wir die Laterne und kleben sie an einer Seite zusammen. Auch diese Lampe braucht natürlich einen Boden. Hierfür ein Viereck ausschneiden und festkleben. Hierfür kann man einfach Karton oder Tonpapier verwenden. Für die Aufhängung ein Stück Draht zurechtbiegen und an die Laterne kleben. Für die ganz bunte Laterne nehmen wir einen transparenten Deckel, beschmieren ihn mit Kleber und wälzen ihn in diesen Transparentpapierschnipseln. Und tupfen die alle ein bisschen fest und kleben dann an die Stellen, wo noch kein Papier ist, noch weitere an. Die Laterne braucht dann nur noch Draht als Aufhängung. Für die Sternen- und Mondlampe brauchen wir den Schoko-Adventskalender und schneiden hierfür jeweils zwei gleichaussehende Reliefs aus und bemalen sie dann mit Nagellack, weil dieser Nagellack ist durchscheinender als Aquarellfarbe. In die Sternenlampe schneiden wir noch eine Öffnung rein, wo dann später die Minilampe an- und ausgeschaltet werden kann. Die haben ja immer dieses Papierstück, das kann man dann rausziehen und wieder reinstecken, so wie man es gerade braucht. Und beide Stücke werden dann zusammengeklebt und bekommen dann später noch eine Aufhängung aus Draht. Die hässlichen Klebestellen mit Nagellack übertupfen. Genauso gehen wir auch bei der Mondlampe vor. Beide Teile zusammenkleben. Und eine Öse aus Draht ankleben für die Aufhängung und die hässlichen Klebestellen mit Nagellack überdecken. Für die Pilzlampe bemalen wir eine Hälfte der Christbaumkugel mit rotem Nagellack, einen transparenten Deckel mit weißem Nagellack, betupfen dann den Pilzhut mit weißem Nagellack und bemalen mit grünem Nagellack noch den Boden des weißbemalten Deckels. In den weißen Deckel das Minilämpchen hineinkleben. Da müssen wir vorher ein Loch bohren, damit man dann hinterher auch wieder dieses Papierding rein- und rausstecken kann. Den Pilzhut auf den weißen Deckel kleben und wieder eine Öse aus Draht ankleben. Jetzt kommen wir noch zum Laternenstab. Hierfür brauchen wir einen Zahnstocher und Draht und wir wickeln einfach den Draht rundherum, schneiden die Enden ab und biegen den Draht auf der anderen Seite auch nochmal zu einer Öse und schneiden wir das Überstehende ab und kürzen auch nochmal den Zahnstocher. Wir schneiden alle spitzen Enden ab und schon ist der Stab fertig. Na dann können alle Wichtel- und Puppenkinder zum Laternenumzug gehen. Viel Spaß beim Sonnenmond- und Sternelied singen und euch allen ein schönes St. Martinsfest. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis bald, eure Steffi. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen